Schnuri mit Buri. Lossen lohnt sich. Präsentiert von Lidl Schweiz. Einen schönen guten Tag oder auch Abend, von wo auch immer du uns zuhörst. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts. Das Hallo geht jetzt an mein Vis-a-vis. Und das ist heute die Entertainerin und Schauspielerin Isabel Flachsmann. Herzlich willkommen. Danke vielmals, dass ich hier sein darf. Ja, hallo Isabel. Wir sind jetzt hier im Podcast «Studio in Baden» und stossen hier miteinander an. Wir haben uns ja schon ganze drei Jahre nicht mehr persönlich gesehen. Die Zeit läuft wie verrückt. Erzähl mal, wie geht es dir? Mir geht es gut. Danke vielmals, Anita. Es ist wirklich einfach verrückt, wie die Zeit vergangen ist. Man hat das Gefühl, die letzten drei oder vier Jahre sind irgendwie so im Zeitraffer vorbeigegangen. Aber ich war viel unterwegs, trotz Pandemie, mit meiner Combo, die Ex-Freundinnen. Und wir haben das Feelgood-Programm zusammengestellt, das «Sekt E» heisst. Da kommen wir mal gerade noch drauf, Isabel. Aber zuerst jetzt einmal. Also du bist ja ursprünglich eine Zugerin, oder? Ja. Und bist du heute in Bern zuhause? Ja. Verzähl mal, wie lebt sie sich dort? Es ist verrückt. Also, wenn ich aufgewachsen bin, hätte ich mir nie erträumen lassen, dass ich mal in Bern lande. Weil ich habe nicht mehr auf New York und in die Grossstädte. Aber jetzt bin ich sehr froh, dass ich in Bern lebe, weil es wirklich einfach gemütliche Stadt ist, liebe Leute und mit meiner Familie genau der richtige Ort, um zu wohnen. Jetzt bist du ein absoluter Bühnenprofi, oder? Du hast es vorher schon angesprochen. Also du bist mit den Ex-Freundinnen unterwegs, mit den Comedy-Ladies. Und wir sind dieses Jahr nominiert gewesen für den Swiss Comedy Award 2022 mit dem Programm «Sekte». Also, Aniko Donat, deine Kollegin, war ja schon da gewesen bei mir im Talk vor ein paar Monaten. Also, wenn du jetzt ehrlich bist, wie viele Shows haben dir schon gespielt von Sekten? Hast du das überhaupt noch im Griff oder im Überblick? Yes, das weiss ich auch nicht gar nie so genau. Aber wir haben Premiere gespielt. Das war an dem Tag, wo alles zugegangen ist. Also, wo man die Regelung eingeführt hat, noch 50 Personen im Zuschauerraum. Und wir haben das gerade erfahren, vor unserer Premiere. Das war so ein bisschen eine Show, wie auf der Titanic. Aber wir sind trotzdem total froh gewesen, dass wir noch haben die Premiere spielen und das noch mal filmen. Und haben nachher einen Stopp gehabt. Und haben es dann noch mal wieder aufgenommen. Und ich glaube, wir spielen jetzt noch bis Ende Jahr. Und bis jetzt haben wir wahrscheinlich mit Unterbrüch etwa 50 Shows schon gespielt, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich kann es nicht ganz genau sagen. Aber wir spielen ein bisschen weniger als vorher. Und das ist eigentlich noch angenehm. Jetzt haben wir einen kleinen Überblick. Kann man sich zwischen deinen und zwischen den Shows immer wieder erholen? Ja, und es ist eben super, weil wir haben immer das Gefühl, wir machen jetzt eine Show, die nicht so anstrengend ist. Bei jedem Programm sagen wir das. Ist aber immer noch so. Und es ist einfach einfach durch, 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 voll Power. Aber es ist auch schön, wenn man sich richtig austoben kann auf der Bühne. Und ich fühle mich dann immer super, wenn ich nach Hause komme von der Show und am nächsten Tag fixe und fertig. Jetzt sind ihr ja vier Frauen, also drei Schauspielerinnen und Sängerinnen und eine Musikerin, oder? Genau. Was macht ihr jetzt da, wenn jetzt mal eine krank ist? Fallt dann die ganze Show ins Wasser? Oder improvisiert ihr und die Stelle ersetzen? Oder wie läuft das? Also wir sind so aufgestellt, und das haben wir so einen Glücksfall, dass neben Aniko und mir sind ja noch Martina Lohri und Sonja Füchslin dabei. Und wir haben jetzt sogar auch noch einen Drummer, den Christoph Gauci, der uns da mit voller Partylaunen und mit Groove begleitet. Und es ist schon passiert, dass jemand von uns angeschlagen war. Vor Corona hat man sich da einfach durchgebissen. Und jetzt haben wir zwei Schausse bis jetzt absagen oder verschieben. Und das ist eigentlich super. Also wir sind eigentlich trotz allem gut durchgekommen. Aber im Notfall kann Sonja Füchslin auch Gesangslinien für uns übernehmen. Wow! Und da kann man, wenn man jetzt wirklich fast keine Stimme hat, und wir singen ja etwa 15 Songs, und es ist alles voll Power. Also wenn man angeschlagen ist, ist es doch relativ krass, die Show noch zu machen. Hat Sonja Füchslin auch schon Gesangslinien übernommen? Oder Martina Lohri übernimmt zusätzliche Lines? Ich könnte gewisse Lines übernehmen, Taniko auch. Also wir sind ein bisschen flexibel, wenn es jetzt nicht gerade so ist, dass jemand überhaupt keine Stimme hat. Oder irgendwie, ich weiss auch nicht. Ich habe sogar einmal gespielt, als ich den Zähnen gebrochen hatte, mit einem Rollator. Was? Das hat man eingebaut. Ich habe dann alle Choreografien mit dem Rollator getan. Aber das war früher noch nicht? Das war früher noch nicht bei diesem Programm jetzt. Das ist nicht, aha. Und also da der Ersatz, er musste schon viel einschreiten. Du sagst jetzt eben, es gibt jemanden, der hier die Stimmlage kann. Genau. Ist das schon viel vorgekommen? Ein paar Mal schon, aber nicht viel. Nein. Also eigentlich sind wir Gott sei Dank meistens fit. Also ja. Und wenn man ein bisschen angeschlagen ist, dann versucht man alles, dass man es sich nicht anmerken lässt. Jetzt ist ja die Theater- und die Bühnenwelt wieder am Laufen, oder? Aber ist es auch so wie vorher? Würden wir mal ins 19 zurück schauen, wo noch nichts Thema Covid war. Und so würdest du jetzt sagen, also ihr füllt den Raum? Du, ich glaube, wir versuchen den Raum zu füllen mit unserer Präsenz. Aber ich glaube nicht, dass es gleich ist wie vorher. Genau gleich. Also es ist schon ein bisschen anders, dass gewisse Leute sehr kurzfristig buchen oder dass man halt merkt, man ist auch sehr wohl zu Hause auf der Couch. Und dass gewisse Leute dann ein bisschen mehr Anreize brauchen, um dann zu sagen, das gehen wir jetzt genau schauen. Aber ich merke auch, dass es wieder zurückkommt. Also es kommt immer stetig, kommen mehr Leute. Also ich merke auch, ich selber bin immer noch ein bisschen zurückhaltend, was so Massenveranstaltungen betrifft. Und ich muss aber sagen, wenn man auf der Bühne steht, ist es noch gut, man hat den Abstand. Ja, also auf der Bühne hat man kein Problem. Und ich glaube auch, im Zuschauerraum ab und zu gibt es Leute, die mit der Maske noch kommen. Und ich finde das völlig, also das kann ja jeder für sich entscheiden. Wenn er etwas schauen will, wie im Zug, hat es auch noch gewisse Leute, die eine Maske anhaben. Also ich denke, wenn man ein bisschen unsicher ist, kann man trotzdem ins Theater gehen, wenn man nicht gerade komplett irgendwie muss aufpassen und alles will vermeiden, was irgendwie Kontakt bedeutet. Und dann zieht man halt die Maske wieder an. Jetzt ist ja Social Media total stark geworden in dieser Zeit, als wir auch zu Hause waren und jetzt eigentlich immer noch. Und jetzt sind wir mit den Ex-Freundinnen, und haben ja auf Instagram ein lustiges Profil. Also ihr tönt da noch etwa diese so kleine moderne Dance-Videos und Lip-Sync und eben Playback und alles macht ihr nachher. Also und wir zwei, wenn wir jetzt ehrlich sind, wir sind ja beide made in den 70er-Jahren. Oder wir zwei. Und wir haben auch einen persönlichen Account, ein persönliches Profil. Aber ich würde sagen, wir sind etwa gleich fleissig oder eben auch nicht auf diesen Kanälen. Ja, ich weiss nicht, also ich glaube, ich bin gerade im Augenblick so eben ein bisschen auf dem ach, muss das jetzt sein? Oder wenn ich jetzt ein schönes Foto mal noch habe oder irgendetwas und ich das Gefühl habe, oh, damit muss ich jetzt ein bisschen blöden. Das kommt so schnell nicht wieder. Dann poste ich das, wie zum Beispiel eben unser Comedy Award, unsere Nomination oder so. und aber ich merke, ich bin immer mehr so ein bisschen gelangweilt, weil ich das Gefühl habe, es ist ein rechter Zeitfresser. Und ja, also am Anfang habe ich total Freude daran gehabt. Und was ich noch lustig finde, sind die Reels, die du angesprochen hast. Da haben wir so ein bisschen den Nahrertrag gefressen mit den Ex-Freundinnen. Also ich amüsiere mich. Ja, dass man so ein bisschen rumspielen kann mit diesen Tänzen und mit diesen Lip-Sync-Battles und all diesen lustigen Sprüchen. Ja, also mir geht es wie dir. Also am Anfang habe ich es auch total spannend gefunden und jetzt werde ich langsam ein bisschen müde und man denkt auch, manchmal soll ich jetzt das auch noch reintun. So wichtig ist jetzt das auch nicht. Wir sind halt anders aufgewachsen, gell? Ja, also ich glaube, ich weiss auch nicht, ich habe auch das Gefühl, es geht vielleicht immer mehr Leute so. Ich habe das Gefühl, was ist das Nächste? Es ist schon fast ein bisschen auf dem absteigenden Ast, wenn ich mir das Urteil erlauben darf. Ja, ich glaube, entweder verbringst du die Hauptzeit von deinem Tag mit Posten und mit Anschauen oder es ist so fast ein bisschen, du bist so ein bisschen auf dem Absteiggleis vom Logarithmus. Das hat was. Ja, das hat was. Jetzt kommen wir mal zur Aktualität, liebe Isabelle. Also du hast ja in einem Pilot mitgespielt, und zwar für Netflix, also für eine Sitcom, die «The Office» heisst. Also erzähl mir, was kannst du da schon verraten? Genau, also es heisst nicht «The Office», aber es ist ein bisschen basiert auf «The Office». Aha, ein Kollege von. Ähnlich, ja. Es heisst nicht so. Also was kannst du da schon verraten? Also es ist «The Working Title», es spielt in den Tourismus Office, ein Schweizer Tourismus Office in London. Und ich bin so ein bisschen der Albtraumboss, der mit allen Mitteln versucht, das Schiff in den Hafen zu fahren und Schweizer Sommer-Tourismus an die Frau und an ihn anzubringen. Und ja, wir haben jetzt mal einen Pilot geredet, und das hat total Spass gemacht. Es war ein internationaler Cast und sehr spritzige, coole Dialoge. Und ja, jetzt müssen wir abwarten, um zu schauen, welcher Sender denn für das Interesse hat oder welcher Sender sich denn durchsetzt. Also welcher Sender, oder eben Netflix ist ja für alle. Ja, also Sender, meine ich auch Plattformen wie Netflix, wäre natürlich ein Traum, wenn Netflix einsteigt. Und das ist das Fernziel, dass ein Streaming Service oder einen Sender dafür zu gewinnen. Und da sind sie jetzt hinter den Kulissen am Wirbeln. Da kann ich zum Glück ein bisschen die Hände in den Schauss legen. Ich bin einfach als Schauspielerin dabei. Also wie kann ich mir denn jetzt das vorstellen, weil ich bin ja nicht von dieser Branche, oder? Also bist du da einfach einen Tag lang ein bisschen gedrehen oder ist das eine Woche lang gegangen oder länger? Ich meine, eine Folge haben wir ja abgedreht, oder als Pilot? Wie war das genau? Also es ist eine Folge und das bedeutet aber für fünf Drehtäge ist eigentlich schon relativ wenig voll durchgetaktet am Drehen, zum Teil nächtelang. Und ja, das wird jetzt alles zusammen, das wird jetzt noch geschnitten auf die rund 35 Minuten. Und ja. Und dann wird das verschickt, die verschiedenen Sender und dann noch heissen Ja oder Nein, knallhart. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen wie eine Visitenkarte, wo man dann an die Sender oder an die Interessenten verschickt. Und dann schaut man, bestät Interesse, das als ganze Sendung, als ganze Staffel zu drehen. Und dann bin ich hoffentlich wieder dabei und nicht Julia Roberts. Ja, und bis wann reist denn da Bescheid? Also gibt es da irgendwie, da geht jetzt einfach mal ins Nichts raus und dann vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht in einem Jahr. Genau, also das ist jetzt mal so, im Augenblick haben wir das eben gerade erst abgedreht. Und ich denke, jetzt scharren ich mal noch nicht und nachfragen, sondern lasse ich verantwortlich jetzt einfach mal machen. Und der Titel von der Sendung ist auch noch nicht gesetzt. Das ist auch noch nicht gesetzt. Das ist auch noch nicht gesetzt. Interessant, dass wir das hier erfassen dürfen. Ja. Und jetzt sagst du, du spielst so einen Albtraum-Boss dort. Ich kann mir dich gar nicht vorstellen als böse. Man kann ja sagen, das ist Aneignung fremder Charakteren. Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich in der Schauspielerei so, oder? Also ist das eben gerade der Reiz in der Schauspielerei, eben einmal in das andere hineinzuschlüpfen? Wo man eben nicht ist. Also ich glaube, definitiv, das ist irgendwie auch, ich habe jetzt zum Beispiel total Freude an bösen Rollen oder an ein bisschen doofen Rollen auch. Ich weiss jetzt nicht, ich werde lustigerweise meistens als böse oder als etwas dumm castet. Ich weiss jetzt nicht, ob man das generell mehr sieht, aber ich habe total Freude, das zu verkörpern, weil ich habe das Gefühl, man kann mit dem viel mehr Spass haben als jetzt mit einer Prinzessin oder jemandem, die einfach hauptsächlich eine Sympathiefigur ist. Und was ich dann auch spannend finde, ist eben die Comedy aus dem rauszuholen. Warum ist die Person lustig? Es ist ja dann meistens, wenn man etwas versucht, was einem nicht ganz gelingt, dass es auch Comedy drin gibt. Und ja, das macht mir Spass. Aber jetzt sagst du, du merkst, du castet mich eher als böse oder so? Wer entscheidet denn das? Entscheidest du nicht, du das selber, an welche Castings du darfst gehen? Entscheidet das eine Agentur? Also bei Castings ist es ja meistens so, dass es eine Rolle zu besetzen gibt oder ein paar Rollen und dann wird man eingeladen. Und dann wird man sich auf das vorbereiten. Und sehr selten kann man sagen, ich möchte diese Rolle spielen. Oder ich möchte vorsprechen für diese Rolle. Genau. Ich war auch schon so frech und bin einfach zur Casting-Agentur gegangen, das hätte ich für gerne. Und manchmal ist es noch gut, wenn man das Gefühl hat, dass sie gar nicht wissen, dass ich so etwas spielen könnte. Oder ich wüsste genau, wie ich das machen möchte. Aber meistens hat die Casting-Agentur und der Regisseur oder die Regisseurin auch noch eine rechte Vorstellung, was sie wollen. Zum Beispiel, wenn sie jetzt jemanden wollen, der, sagen wir mal, eine markante Nase hat und dunkle Haare, dann kommen sie halt vielleicht zu mir. Und wenn sie jemanden wollen, der blond ist und aussieht wie ein Engel, kommen sie eher nicht zu mir. Einfach, das sind so ein bisschen die Eckpfeiler. Und meistens wird das basierend auf einem Foto und einfach auf dem, was man schon gemacht hat. Ah, so läuft das. Das ist gewählt, ja. Interessant. Jetzt kommen wir aber noch zur Zukunft. Ja. Also du hast mir erzählt, dass du im Frühling 23 Bremer Stadtmusikantens Musical rausbringst. Also das läuft dann im Bernhard-Theater und du hättest da Songtexte und Choreografie von dem Musical gemacht und auch das Buch dazu geschrieben. Genau. Also ich bringe Bremer Stadtmusikanten Reloaded heisst das, weil es ist ein bisschen basierend auf Modern. Genau, es ist basierend auf dem Grimms-Märchenstoff, aber wir haben es in einem modernen Kontext gesetzt. Und ich bringe es nicht selber raus. Also es wird produziert von In Boco Alupo, das ist ein Verlag von Tino Andrea Honegger und Mag Halle und eigentlich im Bernhard-Theater. Und ich bin eben zuständig für das Buch und Songtext, also ich habe mir so ein bisschen die Charaktere ausgedenkt, wie wären die, wenn sie jetzt nicht als Tier in Erscheinung treten, sondern als Persönlichkeiten mit so tierähnlichen Charakterzeuge, wo man denen Tiere zuschreibt in der modernen Zeit. Und ich habe auch ein bisschen das Ende umgeschrieben, weil ich habe mir das als Kind immer gewünscht, dass das anders endet. Ich weiss es noch, ich habe immer ein bisschen gefunden, das ist doch schade, die wollten doch alle Musiker werden und jetzt überfallen ein paar Räuber und bleiben dann in diesem Haus. Und das war dann und das ist so ein bisschen die Überraschung, wie es dann endet. Also das ist die Arbeit, die du neben den Auftritten mit den Ex-Freundinnen noch gemacht hast, in dieser Zeit. Und wann läuft denn das Musical? Das kommt am 4. März ins Bernhard-Theater und es läuft bis zum 30. April und wenn es gut läuft, vielleicht auch noch jemand anders oder im Ausland. Toi, toi, toi! Ja, wir freuen uns jetzt auf die Spielzeit und ich darf auch noch für einen Teil der Choreografie zuständig sein. Es ist gerade der rechte Brocken, wo ich da... Allrounderin, oder? Ja, doch, das kann man so sagen, ja. Aber wenn wir jetzt gerade bei den Kindertheatern und Kinderfilmen und so, wenn wir gerade bei dem Thema sind, also möchte ich das noch schnell angehen. Und zwar ist es ja so, dass man hat lesen können, dass der Kinderfilm, der junge Häuptling, Winnetou, dass der in den Schweizer Kinos nicht gezeigt werde, aber die Zürcher Filmfestival haben ihn gezeigt. Wie sie gesagt haben, wegen Kunst- Stund Kulturfreiheit, wo man so ein Festival halt am Laufen ist, oder? Also was sagst jetzt du aus der Schauspielbranche zu dem Thema, dass jetzt das einfach sozusagen, es ist gecancelt worden, oder? Ich finde es noch verrückt, wie man sich wahnsinnig überlegen muss, was dürfen wir noch und was dürfen wir nicht, auch als Schauspieler heutzutage, weil früher hat man gesagt, ich schlüpfe jetzt in eine andere Rolle, ich verkleide mich, ich verändere mich jetzt in diese Figur und heutzutage ist es, ja, mit vielen dürfen wir nicht verbunden, oder man muss sich sehr genau überlegen, wo ist denn die Linie, wo überschreitet man etwas, wo jemand so verletzen könnte, dass es eben kulturelle Aeignung ist und jetzt bei dem Winnetou-Film finde ich spannend, dass das jetzt der Diskurs eröffnet hat, dass man das diskutiert, das Thema, dass das halt wirklich die Zeit in einen romantischen Kontext setzt und halt nicht bespricht, wie die indigenen Völker eben auch umgebracht worden sind, aber ich glaube, bei einem Kinderfilm jetzt das Thema noch extrem auszuschmücken oder zum zentralen Punkt zu machen, das fände ich jetzt gerade auch ein bisschen verrückt, hier Gewalt zu zeigen und darum, ich finde, ich würde den Film gerne schauen mit meinem Sohn und dann mit ihm darüber reden, was das bedeutet und dass es vielleicht nicht genau eins zu eins so gelaufen ist, dass es vielleicht schon Freundschaften gab zwischen einem Winnetou und einem Old Shatterhand und der weiss war, aber dass ein grosser Teil dieser Bevölkerung nicht mit offenen Armen empfangen worden ist. Aber ich glaube, man kann ja auch, man muss ja nicht einfach etwas verbieten, man kann sich auch schauen und darüber reden. Manchmal ist es ja so, dass wenn etwas verboten wird, erst dann wird es interessant. gibt es ja immer solche, die dann aus der Reihe tanzen müssen. Und ja, jetzt mache ich es gerade erst recht. Aber ich glaube, da gibt es auch andere Filme, die schädlicher sind als der jungen Häuptling Winnetou. Also ich bin jetzt zum Beispiel bei den Old Shatterhand googlen und dann ist grossgestanden fiktive Gestalt. Ich glaube, es geht um das. Es könnte sein, dass in Zukunft, wie auch bei den Lebensmitteln, wo du einen Stempel bekommst, oder wo du, wenn du jetzt einen Film schauen gehst, dass du eigentlich gerade auf den ersten Blick siehst, es ist eine wahre Geschichte oder eine erfundene. Das finde ich super. Also das könnte man ja jetzt zum Beispiel diskutieren, weil ich habe mich schon etwa die bei Filmen gefragt, wenn ich die gesehen habe, ist das echt oder nicht? Ja, nein, das finde ich eine super Idee, weil heutzutage ist ja das Hauptproblem, dass man manchmal gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt Fiktion oder was ist eine Behauptung und was ist Realität und ich glaube, es darf nicht verloren gehen, dass man auch fiktive Geschichten erzählt. Also wenn jetzt nur noch alles muss ganz real und beleid und eins zu eins sein, dann müsste ich eigentlich meinen Job an den Nagel hängen und dort Filmeri werden. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, oder? Also ich meine, es ist ja immer das Aeignen einer anderen Rolle, einer anderen Charakter, einer anderen Kultur. Es ist eigentlich immer, wenn du in eine Rolle schläfst, als Schauspieler. Ja, also ich glaube schon. Ich glaube, es gibt natürlich schon gewisse Punkte, wo man nicht überschreiten darf. Ich habe zum Beispiel mal eine Regie geführt von einem Stück, wo es ein Kind gebraucht hat mit einer dunklen Hautfarbe. Wir haben niemanden gefunden. Die Kinder mussten auch noch tanzen, singen und weiss Gott, was alles machen. Und wir haben gesucht und gesucht und dann ist schon von einem verzweifelten Produzenten Vorschlag gekommen, was ist, wenn wir die jetzt ein bisschen dunkel schminken. Und da habe ich gefunden, nein, das können wir nicht machen. Aber ich glaube, wenn es darum geht, dass man nur noch Geschichten erzählen kann, die man so kennt, dann glaube ich, dann ist das Fiktive und ganz viel ist dann einfach nicht mehr möglich. Jetzt kommen wir noch zu deinem Weg, Isabel, zu der Vergangenheit. Du hast schön brav die Matur gemacht. Das kann man so sagen. Und dann hast du deine erste Rolle mit 19 Jährigen gehabt. Das war im Musical Jesus Christ Superstar. Das war im Stadttheater in Basel gelaufen. Dann hast du mir gesagt, also Anita, der halbe Cast von damals ist im Fall nackt gewesen. Erzähl mal. Du auch? Nein, ich nicht. Das war verrückt. Damals versucht man in dem Stadttheater mit allen Mitteln zu provozieren. Hauptsache wurde jedes Tabu gebrochen. Ich als 19-Jähriges Finockeli in meiner Pause der Musicalschule das Angebot angenommen und dort spielen durfte. totale auf die Welt gekommen. Man hatte knutschende Apostel am Boden und Kawasaki und nackte Herodes und Jesus war die ganze Zeit nackt. Ich musste nicht mehr woher schauen. Ich wurde nur noch rot im Gesicht. Der Regisseur hat fast verzweifelt. Er fand, ich müsse jetzt eine Prostituierte spielen. Das nehmen wir nicht ab. und dort wollte ich den Job an den Nagel hängen, weil alles zu viel war. irgendwann fand ich ich, ich lasse mich nicht beirren und stressen. Lustigerweise ist mir das nie mehr passiert, dass mich Produktionen überfordert hat. Damals war es auch noch ein anderes Thema. Der Regisseur hat mir zum Teil nachgerufen Nässe schenken. Heutzutage kommt die Ombudsstelle. Das ging nicht mehr. Das musste man damals an sich abprallen. Ich habe dann zu den älteren Generationen aufgelacht und geschaut, wie sie das machen. Was sagen die? Okay, es geht hier rein und hier raus. Okay, ich mache es genau gleich. und nachher bist du ab in die USA und dann hast du diverse Ausbildungen auf Tanz, Musical und Schauspiel gemacht. Wie ist die korrekte Reihe folgt? Mit was hast du angefangen? Mit dem Tanz? Ja, Tanz war mein erstes Standbein. Ich kam auch während der Schule. Das kam von meinen Eltern. Das hat man damals so gemacht. Ganz brav. Du machst jetzt die Matura und dann darfst du tanzen. Ich nach der Schule bin ich als Opernhaus in Zürich und Ballettunterricht nehmen. Ich zog los und hatte schon einen guten Background im Tanz. und habe die Ausbildung gemacht. Ich musste wahnsinnig viel lernen beim Singen und Schauspiel. Die anderen waren schon weiter an dieser Schule in New York. Aber konnte ich mich durchmuggeln, weil ich beim Tanzen für eine der Besten war. Dann warst du drei Jahre lang am Broadway on Stage . Jedi zum Auftreten. Wie hast du das erlebt? Wie läuft so ein Casting an einem Broadway ab? Einerseits ist es total unzugänglich und andererseits kochen sie auch nur mit Wasser. Es ist so, dass ich zuerst gar nicht an die Castings gehen konnte, weil ich keine Arbeitserlaubnis hatte und keine Gewerkschaftskarte. Für die Broadway-Shows musst du Green Card haben. Die habe ich später gewonnen. Als ich in Deutschland gearbeitet habe, habe ich dort den Starlight Express gemacht, habe ich alles gepackt und bin sofort nach Amerika nach meinem Engagement. Zweitens brauchst du eine Gewerkschaftskarte. Das ist etwas verrückt, weil du sie nur rüberkommst, wenn du in der Gewerkschaft bist. Du kommst nur in die Gewerkschaft rein, wenn du eine Show machst, in der Gewerkschaft ist. Schliesslich bekam ich diese Karte nicht, weil ich für jemanden eingesprungen bin und innerhalb von zwei Tagen eine Show gelernt habe. Dann ging ich mit sie auf die Tournee in Amerika und konnte für Broadway-Shows an die Castings gehen. Und dort konnte ich mich zeigen. Ich habe dort ganz viele Castings gemacht. Ich kam nie zu einem Engagement und war manchmal auch noch bis am Schluss dabei. Aber bei dem Casting lustigerweise für den Job, den ich drei Jahre lang 42nd Street hieß Step Dance Musical war ganz easy. Ich bin dort rein, gesteppt, eine Balletkombination gemacht, gesungen und dachte ich jetzt noch fünfmal kommen. Es gibt immer noch einen Recall. Dann habe ich ein Telefonat bekommen und es geheiss du hast einen Job. Ich dachte, das ist viel einfach. Das geht doch nicht. Da ist der Haupt . Ja. zur richtigen Zeit, am richtigen Ort wahrscheinlich. Definitiv. Es hat gerade gestimmt. Es war viel Glück und ich das mitgebracht, was es brauchte. für den Job. Du hast vorher gesagt, ich gewonnen. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, in zehn Minuten hieß es noch gehen. Ja. Du spielst eine Lotterie. Ich glaube, das gibt es immer noch. Ich habe das jahrelang gespielt und nicht mehr daran gedacht. Ich habe das immer gemacht, wie man ein Ticket löst, wenn man irgendwo hinfährt. Und nachher ist das Weepack gekommen. Sie haben den Greencard, aber sie müssen diese Informationen einsammeln, einholen und zur Embassy in Bern und Botschaft. Und dann war ich in Deutschland und einen Starlight Express gemacht. Das sind acht Shows in der Woche. Du hast nur den Montag frei. Und am Dienstag Abend wieder eine Show. Dann habe ich einfach den einen Tag in die Schweiz zu fahren und das alles vorlegen. Also von Bankstatements bis Aids-Tests alles Mögliche. Und dann war noch ein Streik. Und ich wusste, ich habe noch den Tag zu. sie machen zu am nächsten Tag zu. Das ist der letzte Tag, wo ich das übergeben kann. Und sonst sind die auf Streik und dann verpasse ich die Deadline. Und dann bin ich im Zug gesessen und hatte noch eine Fahrleitstörung. Und ich weiss nicht, was alles war. Es war wie eine Krimi. Und 10 Minuten bevor die Embassy zugemacht hat, bin ich noch aufgeschlagen mit meinen Papierli und habe die einreichen können. Da können wir ja gerade auch einen Fien drüber. Ja, es ist also fast ein bisschen ein Roadmovie. Und dann hast du es geschafft. Und es war ja schon ein Kindheitstraum für dich, um am Broadway zu sein. Wie entsteht denn so ein Kindertraum von Broadway? Hattest du da irgendein Vorbild gehabt? Oder mal jemand gesehen im Fernsehen und hast gedacht, ich will sein wie die? Oder wie kann man als Kind von Broadway träumen? Wir wissen noch gar nicht, was das ist. Stimmt. Es ist ein bisschen verrückt. Damals war ein Musical in der Schweiz noch nicht ein Thema. Es gab die Gemüren Musicals. Und Katz kam in die Schweiz. Da hat der Boom angefangen. Mein Vater war ein Musical-Fank. Er fand Gene Kelly super. Und Fred Astaire. Das kam vielleicht von dem. Wir haben zusammen die Filme geschaut. Ich versuchte das zu machen, was sie machen. Das Steppen. Ich hatte keine Ahnung, wie sie das machen. Ich versuchte, mit Nüssen unter meinen Schuhen oder so. Baumnüsse zu machen. Der Sound. Dort habe ich schon der Traum herauskristallisiert. und dann habe ich mit meinen Eltern in die USA eine Broadway-Show schauen. Und so hat es mich gepackt. Weisst du noch das erste Musical, das du gesehen hast? Ja, lustigerweise Starline Express. Ah nein, jetzt echt? Das ist ja Schicksal. Mein erster am Broadway, den ich gesehen habe, war Fossi. Oh, ich liebe Fossi. Ja, selbst habe ich gesehen. Und dann bist du endlich mal in dieser Aussage gewesen. Du bist ja umgegangen. Also ich war wirklich auf Tournee eigentlich nur mit einem mit dem Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Und das war super, weil ich nicht wahnsinnig viele machen musste als wife, habe ich einfach geheissen. Ich ging den ganzen Tag Sightseeing machen und am Abend spielen. Und das war super cool. Wir waren immer zwei Wochen an einem Ort und dann weitergezogen. Aber ich habe recht viele Shows in und um New York gemacht. Ich habe dort dann auch als Radio City Rockhead getanzt. Das ist so eine Formation, wo alle ganz synchron tanzen und kickern müssen. Die sind recht bekannt in Amerika. Und im Supper Club mit einer Big Band, das ist auch am Times Square in New York, konnte ich Jazz- und Swingdance Shows und Gesangs Shows machen. und diverse Musicals Off und Off Broadway gemacht. Vermisst du die Zeit in den USA? Du einerseits manchmal schon. Manchmal ist es einfach cool, in New York kannst du jeden Tag eine andere Show schauen. Das meiste ist einfach toll und inspirierend. Und die Energie vermisse ich manchmal schon. aber ganz ehrlich bin ich froh, dass ich nicht mehr dort mein Alltag verdienen muss. Es ist schon extrem anstrengend. Es hat zwar viele Möglichkeiten, jetzt natürlich nach Corona auch wieder weniger als damals, als ich dort war. Aber es ist auch super hart. Wenn du gerade keinen Job in New York sind die Lebenskosten so hoch. und jetzt mit einer Familie bin ich sehr froh, dass ich in Bern bin. Das ist etwas anderes. Du hast mir erzählt, deine Stimme ist auf verschiedene Farbpaletten geschult. Also ich als Laie, wie kann ich das verstehen? Was für konkrete Farbpaletten gibt es denn? Ja, ich glaube, als Musicalsänger oder mit einer Musical-Ausbildung bist du jemand, der in in verschiedenen Tonlagen einigermassen bewegen kann. Also die meisten Partituren gehen von wahnsinnig hoch und tief runter und sind auch total unterschiedlich. Es gibt solche, die sind eher klassisch und andere sind total poppig und dann wieder rockig. Und es gibt Gesangsschulen, zum Beispiel eine Still Vocal Technique oder Complete Vocal Technique, wo man lernt, wie muss das überhaupt produzieren, was passiert da mit der Stimme, dass man nicht einfach nur nach Klang geht. Das fand ich jetzt auch spannend. Es gibt auch Leute, die das einfach so können, natürlich, von der Stimme her. Aber ich glaube, wenn man diverse Klänge herstellen muss, ist es cool, wenn man analysieren kann, was mit meinem Kehlkopf oder wie kann ich meine Stimme verändern. da ist man als Musicalsänger eher ein Allrounder und nicht Spezialist. Du kannst im besten Fall viele verschiedene Sounds machen. Also du kannst eigentlich jeden Musikstil singen? Ich weiss jetzt nicht, ich könnte wahrscheinlich jeden Musikstil singen, aber ich glaube, es gibt definitiv Leute, die das besser können. Ich musste zum Beispiel schon mal jodeln in einem Musical und das fand ich total schwierig und erst gemerkt, wow, das ist richtige Wissenschaft. Das ist nicht einfach nur der Brauch und ein bisschen rumgargeln. Oder zum Beispiel etwas wie Klassik oder Opern. Da würde ich mir jetzt nie anmassen, mich zu bewerben für eine Opern oder auch nicht einmal Operette. Aber ich kann eine Weile lange tun, als wäre ich Operette-Sängerin. Interessant. Wenn man jetzt noch die Schauspielerei anschaut, hast du gesagt, du hast die Meissner-Technik gelernt. Auch da verstehe ich natürlich noch ein paar andere. Was ist denn das für eine Spezial-Technik, die du gelernt hast? Genau, ich glaube, ich bin einfach ein bisschen ein Nerd. Ich bin jemand, der gerne eine Strategie hat, um zum Ziel zu kommen. Das ist irgendwie wenn jemand sagt, mach einfach mal, dann bin ich völlig überfordert. Aber wenn ich weiss, ich muss in dieser Szene heisst es Brüeln nicht, wie komme ich an den Punkt, dass bei mir Tränen hinbekommen. Und da gibt es so Instrumente oder Techniken und Meissner-Technik spielt man unter Imaginary Circumstances. Also man arbeitet viel mit der Vorstellungskraft oder auch mit dem Gegenüber. Was komme ich vom Anderen rüber und wie reagiere ich darauf, dass man wie für sich selber einen Fahrplan hat, aber dann immer noch sagt, an den Anderen reagiert überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, dann muss ich mich auch auf das einlassen. Ich finde das noch spannend, weil das, was ich am schwierigsten finde beim Schauspiel, wenn man es ein paar Mal machen muss, ist, dass man nicht schon weiss, was kommt und dass es so wirkt, als würde das gerade im Moment entstehen und dass es aussieht, als wäre spontan und natürlich. Und das finde ich noch, das hilft, die Technik hilft mir aber eben, ich glaube, Leonardo DiCaprio ist nie eine Schauspielschule. Darum, ich glaube, es gibt auch Leute, die brauchen überhaupt keine Technik und haben es einfach. Aber, ja. Aber wahrscheinlich ist es auch, wenn du so Schauspielerin bist und eben jetzt auf Knopfdruck kann man anfangen zu berühren, gibt es dann manchmal auch Leute, die sagen, oh, die Schauspielerin, Achtung, hat sie echt wieder gespielt oder ist es echt? Das ist noch verrückt, weil eigentlich ist es wie für mich in dem Moment, wenn ich jetzt das müsste eben berühren in dieser Szene, dann muss ich etwas finden in dieser Szene, die für mich so echt ist, dass es mich zu Tränen rührt oder wenn ich das in dieser Szene nicht finde in meinem Leben und darum, wenn ich irgendwie wenn ich das Gefühl habe, sie mich manipulieren im Leben, dann glaube ich, es sollte sich eben eigentlich immer anfühlen, als wäre es etwas Echtes, auch wenn es gespielt ist, weil es ist doch noch eine echte Situation oder ein Echtes Gefühl oder ein Echtes Anliegen, aber man fühlt sich einfach in diese Rollen so in, dass es nachher eben das wie verschmilzt. Aber ich glaube, es gibt ja nicht wie eine Persönlichkeit im richtigen Leben, sondern man verändert sich auch immer mit dem Gegenüber. Ich bin jetzt zum Beispiel, gibt es Leute, mit denen bin ich total selbstbewusst und dann wieder Leute, die ich mich fühle wie ein Mäuschen. Jetzt hast du als Sängerin zum Beispiel auch schon eine Chartplatzierung gehabt. Also mit dem Song «Wir sind keine Engel». Das ist eine Titelmelodie geworden von einer deutschen TV-Serie «Alles ausser Sex». Wann war das? Oh, ich weiss es gar nicht mehr so genau. Das war irgendwie um die zwei, sieben herum. Und wie kommt man dann so zu einer Chartplatzierung oder besser gesagt «Nein, nicht zu einer Chartplatzierung», das ist ja auch ein bisschen Glückssache, aber zum Beispiel zu einer Titelmelodie von einer TV. Serie. Also schickt man hier auch einfach dem Sendort die Musik schickt und dann mal schauen, was passiert. Oder wie läuft das? Ja, nein, das ist eigentlich so gelaufen, dass ich das Gefühl hatte, nach meinem Broadway-Engagement, ich brauche jetzt etwas anderes, ich muss etwas anderes machen. sagen, ich habe fast ein bisschen den Überdruss gehabt, nach dieser langen Zeit und einfach nach der anderen, zack, 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 und mein Körper brauchte auch mal eine Pause gebraucht. Und irgendwie habe ich dann angefangen, ganz viel Musik selber zu schreiben, in dieser Zeit, auch zum ein paar persönliche Erlebnisse zu verarbeiten. Und dann bin ich in Kontakt mit dem Management von Nena damals und habe eine Demo-Aufnahme aufgenommen. Er hat dann das an die Plattenfirma weitergeleitet und so ist es zu dem Plattendeal gekommen. Aber es ist irgendwie, ich bin mir fast ein bisschen vorgekommen, wie so von null auf hundert. Weisst du, ich bin irgendwie aus den Kanonen rausgeschossen. Mein erster öffentlicher Auftritt war im Hallenstadion. Und irgendwie, ja, ich bin fast nicht nachgekommen mit irgendwie zu verarbeiten. Und ich bin ins Studio geschickt worden, basierend auf diesen Demos mit der Vorgabe, du musst jetzt einen Hit schreiben. Und das ist natürlich, ich glaube, das ist bei allen Major-Label-Artists natürlich so. Man will einen Hit schreiben, aber das war ein Riesendruck. Und dieser Song wurde nachher auch platziert für eine Fernsehserie. Das hat man damals noch so gemacht, dass man das immer mit einer Fernsehserie promotet hat. Es war ein Co-Deal mit Warner und Pro7. Und er ist eine Sache, aber es war leider auch eine ziemlich schlimme Zeit für mich, weil ich gemerkt, die Musik hat eigentlich null Stellenwert. Der Song wurde noch nicht mal fertig, als ich im Studio angekommen bin. Die Person, die geschrieben hat, durfte nicht den Namen darunter setzen, weil es einen Rechtsstreit gab. Ich bin der Versenkung verschwunden wegen diesem Rechtsstreit. Es hatte weder mit mir etwas zu tun, dass es gechartet hat, noch etwas zu tun, dass der Deal geplatzt ist. Ich war einfach ein Spielball der Giganten. Ich fand, okay, weisst du was, nein, das ist nichts für mich, das macht mich fertig. Ich ging zum Stefan Raps im Turm springen. Du hast mir gesagt, du kannst gar nicht turmspringen. Nein, ein Albtraum. Ich habe es nicht einmal gesehen. Ich war nicht dabei. Gott sei Dank. Ich wäre umgekommen. Ich hätte versucht, einen Sprung zu machen vom Fiefer oder Zehner, den ich gar nicht kann. Du hast mir gesagt, du sei angemeldet worden. Ja, weil ich eine fitte Person bin. Vom Tanzen fand, das kann die, das macht die jetzt. Die geht jetzt hier rum. Zuerst wollte mich als Sängerin Das ist dann aber ich habe das Lot nicht bekommen, sondern Tokio Hotel. Und dann haben es aber gefunden, sie sollt doch springen. Und dann, wo ich ein Feedback geben konnte, zu dem war, schon zu sparen. Ich war angemeldet und hatte das Gefühl, ich muss das machen. Die haben alles für mich gepusht. Und dann bin ich durch den Turm springen und ich bin wie der Trottel vom Dienst bin ich auf dem Sprungbrett gestanden. Also wenn ich etwas nicht kann, dann ist ein Turm springen. Und alle haben doppelte Saltos gemacht vom Pfiffer und ich war am Köpfler rüber und hatte alles offen. Blaue Mose hat die Schulter aus gekurbelt. Und Gott sei Dank jemand aus Machtburg gesprochen und gesagt, sie ist peinlich, sie kann das nicht in die Sendung nehmen. Und dann musste ich nicht. Gott sei Dank Entweder wäre ich gegangen an das Turm springen und hätte mir die Haxe gebrochen und hätte einen Sprung versucht oder ich hätte einen peinlichen Köpfler von meiner gemacht. Das heisst, du warst sozusagen am Casting vom Turm springen? Nein, nicht mal das Casting. Es gab kein Casting. Ich weiss nicht, ob es das später gab. Was warst du am Trainings Einsatz? Und vom Rab selber? Hast du irgendetwas mitbekommen? Nein, er hat nicht mit uns trainiert. Er hat wahrscheinlich im geheimen Kämmerli oder der kann das einfach. Ich weiss es auch nicht. Er und den Eltern, die auf dem Zehner sind, aber ich weiss nicht, was es sind. Aber nein, ich bin mit ein paar Moderatoren und Sänger und Anwärter, die alle besser waren als ich. Ich war an dem Trainingseinsatz in München und habe stundenlang Köpfler geübt und gedacht, ich will nicht springen, ich will doch singen. Was ist da schief gelaufen? Jetzt sind wir ganz fest bei Deutschland. Man sieht, du hast eine deutsche Erfahrung in der Schauspielerei. Du hast auch im Film Himmelfahrtskommando mit Beat Schlatter in der Schweiz gespielt und dann in Deutschland im Spielfilm Raum neben Senta Berger und hast dann auch noch eine Nomination für den goldenen Scheinwerfer. Ah, yes, das stimmt. Irgendwas war auch noch. Was sind du jetzt Erfahrungen mit weiteren Szenen? Was ist schon der Unterschied von den Schauspielern? Szene Schweiz und Deutschland? Ui, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe zu wenig in Deutschland gesprochen, dass ich das jetzt so sagen könnte. Aber von dem, was ich jetzt erlebt habe, einfach in diesem Kontext mit Senta Berger und Stefan Kurt ist natürlich auch ein Schweizer, aber war ein deutscher Spielfilm. Es ging einfach sehr zackig zu und her. Die Szenen, die ich drehte, ich habe nur eine Szene gedreht, aber es war eine schwierige Szenen, weil es sehr auf Marks gegangen ist. Es sind Markierungen, die man natürlich beachten muss, wenn eine Kamera dabei ist. Man kann nicht auf der Bühne im Umfeld vorstehen, sondern genau auf diesem Kreuzchen stehen und genau dort den Kopf haben. Ich war ziemlich verkrampft. Es war mitten in der Nacht der Träne. Ich merkte, dass mein Kopf ist wie ein angebissen Apfel. Ich war nicht ganz bei den Sachen. Ich war total gestresst. Der Druck ist schon grösser, wenn man nicht die Person sein will, die den Shot ruiniert, wenn noch Leute drin sind, die hochkalibrige Schauspieler Man will nicht ein Störfaktor sein. Da muss man einwandfreies, wie soll man sagen, dialektfreies Deutsch hochdeutsch reden. Nein, Ich musste mit einem Schweizerakzent sprechen. Das haben Sie so wollen. Das ist natürlich raffiniert. Aber ich nehme an, du kannst schon akzentfrei hochdeutsch reden. Ja, ich fand es fast schwieriger, einen Schweizerakzent zu haben, der nicht klingt, wie ich von der Schweiz bin. Und dass es dann immer kohärent gleich ist, das fand ich fast schwieriger als Deutsch. Oder das, was ich als Hamburg-Deutsch empfinde. Das habe ich mal gehabt. Ich musste verschiedene Leute interviewen. Darum bin ich keine gute Moderatorin, weil ich habe dann immer plötzlich angefangen zu reden wie mein Gegenüber. Ja, das machen wir Schweizer. Wir packen uns an, egal in welcher Sport. voll angepackt. Und dann habe ich das alles am Stück gezeigt und ich habe jedes Mal anders geredet. Der Auftraggeber fand nachher was ist los mit dir. Es ist so, als würdest du dich lustig machen über die Sprache von diesen Leuten. Das meinen wir gar nicht. Dabei habe ich das gar nicht so gemeint. Mir ist auch schon viel passiert. Dass ich mit Leuten von Deutschland, die hier arbeiten, hier arbeiten, die gesagt haben, mit mir kannst du normal Schweizerdeutsch reden, weil wir das lernen zu verstehen. Bitte rede nicht Hochdeutsch mit mir. Dann habe ich das gemacht. Und bei einer anderen Person kam ich wieder mit Schweizerdeutsch und dann haben sie gesagt, ich verstehe nichts. hochdeutsch ich bin manchmal hin und her gerissen. Wie soll ich mit jemandem reden? Da bin ich froh, dass es dir auch so geht. Ich danke dir für den Ausblick in deine Welt. Und jetzt schauen wir noch schnell Numerologie an. Und zwar hast du mir dein Geburtsdatum gegeben. Das ist der 11. 5. 1973. Deine Lebenszahl sei das Nummer 9. Das hat Tina Coach, unsere Numerologin gesagt. Sie meint, du seist mit 27 erwachsen worden. Das wäre im Jahr 2000 gewesen. Das stimmt. Absolut. Könntest du das? Ja. Warum ist da etwas Verrücktes passiert? Ja, das war das verrückteste Jahr in meinem Leben. Weil dort bin ich 2000. Ja, warte mal. Oder ist es 2000? Ja, warte jetzt. Ja, Definitiv. Das ganze Jahr, 2000, 2001, dort habe ich mein Broadway-Engagement bekommen. Also, ich konnte meinen Kindheitstraum verwirklichen. Und dann, ja, 2000, 2001 ist ja dann ganz viel auch noch passiert. Ich war in Amerika dann am 11. September und dann auch noch die Tragödie in der Schweiz später. Ich glaube, diese Zeit in zwei Jahren sind so von Himmelhoch jauchzend bis zu Schlimmsten, die man sich vorstellen kann. durchgemacht. Dann hat sie es getroffen. Sie sagt, es gibt zwei Prominente, die die gleiche Lebenszahl haben wie du. Das ist der Prinz, der Musiker von damals und Heidi Klum. Oh, schau mal, wie unterschiedlich. Sehr gut. und dann meint sie von dir, du bist sehr entschlossen unterwegs in deinem Leben und auch im Beruf, sehr kreativ und auch neuartig in vielen Denkensweisen. Wow. Einfach mal so annehmen und verdauen. Wenn du deine Perspektiven teilen und dabei auch verstanden wirst, dann erfüllt dich das komplett. Es kann sein, dass man dich in jungen Jahren sehr viel um deine Meinung gefragt hat. Was sagst du dazu? Das ist verblüffend. Ich muss sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass das so... Du musst viel Stellung nehmen. Ja, einerseits freut es mich, dass es sehr positiv ist, aber auch sehr viel, was ich nur bestätigen kann. Da könnte man natürlich noch viel mehr ins Detail schauen, aber für den Tag gebe ich dir noch die Unterlagen mit. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Liebe Isabel. Ich habe dir noch ein Geschenk von unserem Presenting-Partner. Dann habe ich mir gedacht, was kann eine Schauspielerin, die immer auf der Bühne steht, brauchen. Jetzt habe ich dir hier von der Sien-Kosmetiklinie Reinigungsmilch, Abschmink, Augencreme, Feuchtigkeitsmaske, was haben wir noch? Ein Serum, da haben wir Frauen ja alle gerne. Das ist super. und Pflegestift für Lippen und alle Kajts. Schau mal rein. Ich liebe sie, die sind super. Das brauche ich jetzt gerade. Ich habe nämlich eine leichte Allergie. Ich war immer am Tränen, für die, die es nicht gesehen haben, sondern noch gehört. Zum Glück ist es ein Podcast. Genau. Und jetzt brauche ich gerade die wunderbaren Pflegemittel. Wunderbar. Sofort abschminken, Köperchen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und toi, toi, toi. Danke vielmals. Isabelle Flachsner.